Okay, es geht weiter. Achso, den wolltest du vielleicht haben. Ist mir egal, tut mir leid. Den kann man nicht, ich will den. Den kann man auch nicht. Oh, dann musst du wohl das Opfer da nehmen. Das ist gut, aber nicht. Nach kaum ist es auch nicht so schlimm. Boah, jetzt machst du alle nass. Super-Kirby. Ich weiß nicht, warum, aber ich glaube, ich habe dich letztes Mal schon gefragt, was Kirby eigentlich ist, oder? Ja. Kaugummi hast du mir darauf gesagt, glaube ich. Ich weiß eigentlich selber nicht, was dieser Kaugummi-Kirby sein soll. Keine Ahnung, ich glaube, Google weiß es. Keine Ahnung. Mal gucken. Irgendwann. Aha, habe ich dich lieb, Kapschis. Du heißt ja Kribbel. Kribbel, was? Sag mir nicht mein Leben hier. Es tut mir leid. Aber ich entziehe den Leuten die Lebensenergie, weil es mir Spaß macht. So. Kabusch. Oh. Okay, das... Ja. Ich glaube, da kommen wir nur mit so einem Teil da rein. Mit dem da unten kommen wir da rein. Ich weiß noch nicht, kann ich den überhaupt nehmen oder so? Also, ich glaube, das Leben könnten wir gebrauchen. Also, ich würde es mir jetzt überlegen. Ja, ich hole. Ich hole. Juhu. Ja. Oh, Leben, 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 Leben. Okay. Der hat sich von selbst zerstört. Ich habe da nichts gemacht. Ups, tut mir leid. Hier hast du so. Oh, ach so. Ähm, ja, habe ich vergessen. Ey, hallo, was soll denn das? Scheiße. Nur gut. Wah, wah, wah. Ja, sag mir nicht, ich besorgte gleich einen anderen keinen anderen Tränen da. Kann man nicht. Ja, cool. Die Fliege da, die Fliege da, die sieht doch toll aus. Und ich töte sie jetzt gerade. Naja, egal. Und jetzt sie abgehauen. Komm, hier, gehen wir mal rein. Hier ist bestimmt Geheimnis, Geheimnis, komm. Geheimnis, ja, habe ich doch gesagt. Oh, cool, der ist besser, der ist besser, der ist besser, der ist besser, ich will hoch. Juhu. Ich habe, glaube ich, eine Scheiße hier genommen. Äh, ja, ähm, ja, das ist ein Bug wetten. Nein, okay, du kannst dich wieder bewegen, das ist gut. Na, ich hatte so ein Dünpes genommen, wenn du schläfst. Lustig, was gewesen ist, wenn du nicht mal aufstehen könnt, äh, konnt hättest, äh, ja. Kaputt. Hu, hu, hu. Boah, das hätte ich noch getroffen. Ach, ja, das ist nicht schlimm. Hm. Da ist die Bombe. Was ist mit der Bombe? Nein, ich habe die Bombe reingeschmissen. Oh, ah, ich sterbe schon wieder, oh, cool. Äh, warte, wie nehme ich denn das? Äh, ich habe keinen Plan. Ich mache das schon selber für dich. Ah, danke schön, ja. Ja, ja, okay, und das kriegen wir bestimmt nur mit so einem Kack-Dings. Warte, äh, nein, ich kriege es wirklich nicht auf. Scheiße, ich, scheiße, ich kriege es nicht auf. Oh, zacken, nicht gut. Komm, hier lieber. Oh. Hoppla. Nein. Ich töte einfach alles, also musst du schneller sein, wenn du was anderes haben willst, also. Nimm es mir nicht übel. Nimm es mir nicht übel, nimm mir alles. Oh, komm, das ist genug für, äh, oh, fette Fressorgie. Hier. Oh, Schluss mit Knutschen, ihr müsst weitermachen. Ja, wo kommt ihr jetzt auf? Oh, naja, egal, ich frag lieber nicht. Oh, Bombe, 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 Bombe. Oh, nein, und ich bin gleich tot. Hä, wieso lebe ich? Ach, egal. Ah, 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 entkochen, kochen, 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 kochen. Komm, stirb. Uh, Dankeschön. Jetzt bin ich wieder ein dummer Krüppel. Das würde ich gern, Dankeschön. oh, ich kann dir gar nicht genug danken. Warte, 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 warte. Nein. Mmh, jam, jam, jam. Lecker, lecker. Oh, Pudding. Ups, tut mir leid, hier hast du. Oh, hier hast du nicht, okay. Ach ja, das war doch. Nein. Oh, muss man schon vorher das mit einberechnen, vielleicht, dass es noch weiter geht. Oh, das sind die Donkey Kong Palmen, oder? Das sind die Donkey Kong Palmen. Sehen so aus. Ja, und wie lange klingst du jetzt schon gerade auf? Weißt du es oder weißt es nicht? Was, 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 hä? Wie lange schon aufnehmen ist, weißt du es? Aufnehmen. Äh, ich nehme jetzt gerade wieder sechs Minuten auf. Okay. Ja, diesmal passe ich ein bisschen auf. War das nicht das Level, in dem wir dieses Rad bekommen haben, oder so? Ja! Ich bin denk. Äh... Oh, Falle! Ich liebe Fallen. Oh, ich mag Fallen. Ah, ich glaube, den kannst du, den kannst du, keine Ahnung, vielleicht kannst du, vielleicht, ich weiß nicht. Ach, egal, ich töte ihn einfach mal. Ich will haben, Oh, nur gut. Oh, wack, wack, wack. Okay, war nix. Ei, ei, ei. Wir brauchen mal wieder ein bisschen Futter, Hä, wie kommt man... Hä, 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 hä? Stopp, stopp, stopp. Hey, hey, wie kommt man da unten ran? Okay, ich gebe es auf. Gehen wir hoch. Okay. War das nicht irgendwie ein Geheimnis hier mit dem Magier? Kommt man in das Geheimnis rein oder so? Ja. Und das hat, glaube ich, zu einem geheimen Level geführt. Ach ja, wir spielen das Spiel nicht mehr ganz blind. Also, jetzt ist ein bisschen... Ein bisschen können wir, äh, aber auch nur bis da oben zu dem Vulkan. Habe ich schon so weit gespielt? Ich glaube schon, oder? Wir sind doch Suchtis. Naja, egal. Nicht. Ich will auch Magier sein. Okay, tot. Oh, dankeschön. Sieht so aus wie Yu-Gi-Oh! Schwarzer Magierkarte oder so. Okay, er ist nicht schwarz, er ist rot. Naja, egal. Zeit für ein Duell. Okay. Was? Ah, ja, okay, freu dich. Pack dir ein Ei. So. Was, der Bildsch... Oh, der Bildschirm schiebt sich. Aber das hatten wir auch noch nicht, glaube ich. Oh doch, okay, letztes Mal, als wir hier waren, hätten wir es gehabt, aber... Kokosnuss wetten, da springt einer voll gegen von uns. Doch nicht. nicht. Oh, die Schlaftkunde. Oh, nein, nein. Stirb. Mein Pudding, mein Pudding, oh, oh, okay. die Schlaftkunde. Die Schlaftkunde. Die Schlaftkunde. Diese ganzen Sachen am Ende, das ist doch voll unnötig. Oh, die, oh, die Räder, oh, 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 okay, ich brauch so einen, so einen will ich haben. Oh, das bügt durch. Ich bin Arzt. So. Ich will auch, aber ich glaube, hier gab es so einen, hier gab es so einen, da, 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 okay, und endlich Räder. Bam. Ich könnte jetzt überhaupt nicht drauf kommen, dass hier ein Geheimnis ist, oder ein Leben oder sowas. Ah, ich glaube, ich will auch was haben. Ey, hallo? Nein, nein! Okay, Moment, Moment, ich muss nochmal zurück, dann hab es doch noch die anderen Räder und ich glaube, ich will, äh, yeah. Jetzt geht es wieder ab. Jetzt geht es richtig rund hier. Äh, was ist, was, ja, mh, genau. Was ist, ich glaube, wir haben gerade beide what the hell gedacht. Ich fand total genial. Ja, total cool. Endgegner, Endgegner, ey, Endgegner. Aua, 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 ja, ist gut. Hunger, rick dich ab. Also, ich kann meine Fähigkeit nicht so einfach verlieren, also, ich, es würde mich belasten, wenn ich, äh, was? Oh, wo bin ich denn auf einmal? Hast du mich verschluckt oder so? Oh, dankeschön, das ist echt sozial, danke. Hey, hey, das ist, ach ja, du brauchst, natürlich. Sprügel, und sprügel, und zwiebel, okay, komm. Äh, ich mache einen kurzen Schnitt hier. Äh, Das ist eine Bescheidung. Isn't eure.